ein neuer tag ein neuer booster und damit heiße ich euch wieder herzlich willkommen hier auf meinem kanal schön dass ihr wieder da seid wieder mal eine spielanleitung und heute haben wir hier wirklich komplett alles durcheinander so wir starten mit wenn einem bösewicht dann haben wir iron man luke cage als holo karte dr doom und die letzte karte graven ja dann bedanke ich mich bei euch wieder fürs zuschauen und ich hoffe wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis dahin bis dahin